Von Christoph Pschilds, Brüssel Stand 0733 Uhr Lese Dauer 6 Minuten Flucht per Boot Afrika-Experte Rainer Thiele nennt Faktoren, die Migration verstärken können Quelle Getty Images Getty Images Europäisches Mekret Afrika-Experte Rainer Thiele sagt, dass noch mehr Menschen nach Europa auswandern werden, wenn sie sich da teure Reise leisten können Unter erklärt, was getan werden muss, um die Fluchtursachen zu bekämpfen, die Weltherr Professor Thiele, werden weniger Migranten nach Europa kommen, wenn der Wohlstand in Afrika steigt Rainer Thiele sie steinweit verbreiteter Irrtum, dass die Migration aus Afrika automatisch sinkt, wenn Diamo zurückgeht Das Gegenteil ist da voll empirische Studien zeigen, dass mit Steigen den Einkommen die Migration zunächst zunehmen wird Die Welt wie kommt das? Thiles können sich dann einfach mehr Menschen die teure Reise nach Europa leisten Urheberrecht welten 24 GmbH alle Rechte vorbehalten Zahlreiche Staaten stellen sich bei Abschiebungen abgelehnte Asylbewerber quer Es geht vor allem um Länderaus Afrika und Asien, weil die Zilderaus Reisepflichtigen stark ansteigt Drohnen und drastische Maßnahmen Ingenieure, Pflegekräfte und die Spezialisten sind gefragt ausländischen Fachkräften Soll der Zuzug nach Deutschland erleichtert werden, doch die Linke waren vor reinem Braindrain in den Herkunftsländern Die Probleme Afrikas liegen im Kontinent selbst, sagt Hans-Christoph Buch, der dort praktisch jedes Land kennt Von Merkel wünschte sich, dass sie Ängste der Deutschen vor zu großer Migration ernster nimmt, während Deutschland über Obergrenzen streitet Nimmt Jordanien Hunderttausende Verfolgte auf, bislang hat die Bevölkerung Dasch akzeptiert Doch der Druck im Land steigt und wenn die Lage eskaliert, bekommt das auch Europa zu spüren Mahamadou Isufu, der Präsident Nigas, sagt, dass Afrika jährlich 600 Milliarden Dollar Hilfsgelder brauche Davon würden auch entwickelte Länder profitieren, denn Amut sei eine Ursache für Terror und Migration Ein paar Stunden Weltpolitik, Halspause vom Durcheinander in Berlin Die Kanzlerin sucht auf Moiafrika-Gipfel in der Elfenbeinküste Lösungen für die Flüchtlingskrise An einem heiklen Thema kommt sie nicht vorbei Das war die Flüchtlingskrise